Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Alex.ge, ihr kennt mich von Twitter und Twitch. Und ja, ich habe mir vor circa einem Monat gesagt, dass ich eine Kaderanalyse zu dem Kader von Schalke 04 machen möchte. Denn, wie ich finde, wird der Kader immer relativ komisch bewertet. Und da ich als Fußballmanagement-Student, Sportmanagement-Student im Bereich Fußball gewisse Kompetenzen erlangt habe, möchte ich diese nur nutzen, um einmal den Kader mit euch durchzugehen, beziehungsweise den Kader einmal zu analysieren und zu gucken, ist der Kader wirklich so gut, ist der Kader wirklich so schlecht, woran liegt es. Das machen wir jetzt im folgenden Video, wenn es euch gefällt. Daumen nach oben, teilt das Video. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Also, gehen wir der ganzen Sache doch einfach mal auf den Grund. Was hat Schalke 04 in diesem Transferfenster gemacht? Man muss sagen, es gab neun externe Zugänge und zwei interne Neuzugänge für den Klub. Auf der internen Seite kamen Assan, Uwe Daraogo und Keke Top, aus der, ich glaube es war die U19, in die Profimannschaft. Und extern gab es neun Neuverpflichtungen, darunter unter anderem, oder ich zähle sie mal auf, Ron Scheinberg, Derry Murkin, Paul Seguin, Lino Tempelmann, Marius Müller, Brian Lassme, Timo Baumgart, Thomas Kalas und Yusuf Kabadayi. Kabadayi. Letzterer ist nur geliehen, alle anderen sind fest verpflichtet worden und bei Kabadayi besitzt man, ich glaube man hat es mitbekommen, eine Kaufoption. Also insgesamt gab der Verein 4,6 Millionen Euro für Neuzugänge aus. Das ist tatsächlich das meiste, was der Verein ausgegeben hat, beziehungsweise es ist doppelt so viel, wie man in der letzten 2. Ligasaison ausgegeben hat. Insgesamt generierte man aber auch durch Verkäufe und zwar insgesamt 19,35 Millionen Euro. Also hat man insgesamt ein Plus von roundabout 15 Millionen Euro erzielt. Gut, das nochmal, um zu wissen, worum es hier gerade geht, was die Ausgangslage ist und jetzt bewerten wir den Kader. Und da fangen wir natürlich mit der bestbesetztesten Position im Kader an und zwar das Tor. Denn dort hat Schalke meiner Meinung nach mindestens 2 Torhüter, die Bundesliga-Niveau haben mit Marius Müller und Ralf Fehrmann und auch noch einen relativ jungen, interessanten Keeper mit Justin Hekerin dahinter. Wir fangen aber mal mit Marius Müller an. Ist gekommen von Luzern, eigentlich als Nummer 2. Aber da Ralf Fehrmann Probleme hatte, hat Marius Müller die ersten 5 Spiele gespielt oder die ersten 6 mit Pokal. Und was man sagen kann ist, ohne Marius Müller würde es noch deutlich schlechter aussehen. Also Marius Müller ist wahrscheinlich aktuell der beste Torhüter der Bundesliga, äh der 2. Bundesliga, tut mir leid. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, gerade im Bereich Bälle gehalten pro 90 Minuten oder Tore verhindert, dann ist Marius Müller ein Top-Keeper. Wenn man ihn in den Vergleich mit zum Beispiel Daniel Heuer-Fernandes setzt, einen der besten Keeper der letzten Saison, dann muss sich Marius Müller bis auf den Spielaufbau gar nicht vor ihm verstecken. Also ein absoluter Top-Neuzugang für Schalke, der auch persönlich vom Charakter her super zum Verein passt. Und mit Ralf Fehrmann, ich meine, ich muss nicht viel dazu sagen, Ralf Fehrmann ein Keeper, der auf der Linie überragend ist, der sich auch in seinem Passspiel unter Thomas Reis deutlich mehr getraut hat. Ist jetzt ein bisschen schade, weil er wieder verletzt ist, weil er nicht Stammtorwart sein konnte in der Zeit. Aber ja, ist ein Torwart, der, ja, sollte Marius Müller mal ausfallen, haben wir auf jeden Fall immer noch einen Top. Also, ich würde behaupten, es gibt keinen Verein, der ein so gutes Torwart-Duo hat wie Schalke 04. Das ist Fakt. Und dahinter hat man mit Justin Hegerin auch noch einen sehr interessanten Keeper, der sich auch vom Torhüter-Profil nicht den beiden Torhütern oben anschließt. Wir haben oben zwei eher altmodische Keeper, die nicht viel mit dem Ball haben, nee, die nicht viel mit dem Ball können, die exzellente Shotblocker sind, die auf der Linie überragende Reflexe haben. Aber wie gesagt, das Spiel mit dem Ball ein bisschen vernachlässigen. Und das ist Justin Hegerin überhaupt nicht. Ich habe hier mal ein Bild aus der U23, wie er sich im Spielaufbau positioniert. Er positioniert sich genau zwischen den Endverteidigern und, ja, macht so ein bisschen das, was Reimann, Reimann heißt er, glaube ich, von Magdeburg macht, oder Daniel Heuer-Fernandes, nämlich, oder Riemann bei Bochum unter Reiß. Er macht im Spielaufbau mit und ist in eine weitere Anspielstation. Das ist ziemlich interessant. Ich halte große Stücke auf Justin Hegerin. Ich glaube, er könnte unfassbar wichtig werden im Laufe seiner Schalke-Karriere. Und ja, dahinter hat man noch Michael Langer. Ja, über den muss man nicht viel Worte verlieren. Wichtig für die Kabine, wichtige Erfahrung, aber, ja, wird wahrscheinlich nicht an Boden zweiter Liga-Spieler kratzen. So, Torhüter-Position abgehakt. Wir gehen auf die Linksverteidiger-Position und da hat Schalke aktuell zwei nominelle Spieler mit Thomas Orian, dem holländischen Linksverteidiger, der jetzt in sein drittes Jahr bei uns geht, und dem Neuzugang, Derry DJ Merkin, der ja kurz vor Transfer-Schluss kam. Fangen wir bei Orian an. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass Orian der klassische Schienenspieler ist, der klassische Flügelverteidiger, der seine Qualitäten definitiv im Angriff hat und nicht in der Verteidigung. Eigentlich eine Sache, die wir seit seiner Zweitligasaison unter Dimitrios Kamotzis wissen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir ihn halt nicht richtig eingebunden kriegen, weil man kann auch einen Flügelverteidiger in die Viererkarte stellen, wenn man es asymmetrisch angeht. Das hat Schalke probiert, gerade gegen Kiel, gerade gegen Wiesbaden, hat Thomas Orian sehr oft fast schon den linken Flügel bekleidet, aber er ist aktuell einfach in einem Formloch. Die Flanken sind nicht gut, die Standards sind nicht gut, aber hier muss man einen kleinen Disclaimer geben. Bei der Bewertung, bei den Bewertungskriterien eines Kaders geht es nicht um ein Formhoch oder um ein Formtief, das ist in dem Fall egal. Man bewertet grundlegend das, was der Spieler eigentlich kann. Also es ist relativ einfach gesagt, wenn ein Spieler vier Saisons performt hat und jetzt die letzte Saison nicht performt hat, da kommen wir nachher bei einem gewissen Spieler drauf zu sprechen, dann ist er vermutlich, man kann es immer nicht wissen, aber dann ist er vermutlich in einem Formtief und hat trotzdem Qualitäten, die er auf den Platz bringt. Und das darf man bei diesen Bewertungskriterien immer nicht vergessen, deswegen ist Thomas Orian trotzdem ein überragender Linksverteidiger, der natürlich defensiv absolut seine Schwächen hat, aber gerade der offensive Output ist überragend und mit Derry Murkin, ich habe es schon in Threads zu ihm gemacht, ein unfassbarer Linksverteidiger mit super Vorwärtsdrang, jemand der den Ball gerne am Fuß hat und damit läuft. Ihr seht auch hier oben mal den Vergleich, ich weiß gar nicht, wo ich es einblende, ist egal. Ihr seht den Vergleich zwischen Derry Murkin und Thomas Orian, also ein Spieler, wo ein Derry Murkin, der definitiv carrying, also mit dem Ball laufen deutlich besser ist, dem es aber an der Flanken und der Standardqualität fehlt. Aber auch ein Spieler, der durch seine Ausbildung auf dem linken Flügel definitiv, wie es jetzt auch gegen Wiesbaden gemacht hat und vermutlich auch gegen Magdeburg machen wird, offensiver spielen wird. Also eine Allround-Waffe auf links, mit der man auch die Linksverteidiger-Position aus meiner Sicht top besetzt hat. Also nennt mir einen Verein, der zwei so starke Linksverteidiger im Kader hat. Auch da fällt mir kein anderer Verein in der zweiten Bundesliga ein, aber sie müssen es halt auch erstmal auf den Platz kriegen. So, kommen wir zur Innenverteidigung. Die Innenverteidigung ist ein sehr interessantes Thema, weil auf der Innenverteidiger-Position hat man aktuell, wenn man den Kader richtig besetzen möchte, hat man nur vier Spieler. Und diese Spieler sind Timo Baumgartel, Marcin Kaminski, Thomas Callas und Ibrahima Cicé. Und ich glaube, hier merkt man schon, was uns aktuell fehlt. Uns fehlt vor allem die Breite, wenn es um Qualität geht. Die Breite an sich ist da, die Qualität lässt aber definitiv zu wünschen übrig, beziehungsweise ja, besinnt man sich hier auf zwei Wundertüten, bei denen man einfach nicht weiß, wie die Qualität ist oder wie ist der qualitative Stand im Vergleich zur zweiten Liga. Fangen wir mal mit Cicé an. Cicé hat genau ein Spiel für uns gemacht von Anfang an, das war gegen den HSV, in dem er, ja, komplett überfordert war, komplett unter dem Druck zusammengebrochen ist und es so aussah, als wäre er ein Dritt- oder Viertliga-Verteidiger. Würde ich ihn deswegen abschreiben? Nein. Hat er gewisse Qualitäten? Ja, vor allem offensiv, bei offensiven Standards. Ich glaube, er hat in der U23, hat er, glaube ich, sechs oder sieben Torbeteiligungen gehabt. Also der Mann ist vor allem in der Luft mit seinen 1,96 überragend. Aber, ja, ihm fehlt es halt vor allem an der Qualität, ihm fehlt es am Stellungsspiel, Zweikampfverhalten. Und das sind so Sachen, die muss er noch lernen und deswegen weiß man nicht, wo der der qualitative Stand ist. Er hat mit Mali einen guten Afrika-Cup gespielt, aber es war halt der U23-Afrika-Cup. Wie da das Leistungsniveau ist, kann kein Mensch sagen. Deswegen ist die Szene eine absolute Wundertüte, kann natürlich der nächste Bella Kotschab werden, aber er kann natürlich auch einfach nur seine Leitversion werden. Dazu kommt Thomas Kalasch, der ablösefrei geholt worden ist von Bristol City, beziehungsweise er war vereinslos für ein, zwei Monate. Ein Spieler, bei dem sich die Geister scheiden, weil viele sagen, er wird der neue Kolo Djeciak, was ich absolut gar nicht nachvollziehen kann, weil Kolo Djeciak kam als Reaktion auf eine Verletzung inmitten der Saison und wurde dann nicht eingesetzt. Thomas Kalasch, da wurde dann kommuniziert, dass wir noch einen Innenverteidiger vielleicht holen und dass er dann der Innenverteidiger ist. Schaut man sich sein Profil an, dann muss man auch sagen, dass Thomas Kalasch definitiv zum Innenverteidigerprofil von Thomas Reis passt. Ich blende euch hier mal eine Statistik von F. Breff ein. Der Mann ist vor allem in Aufklärung und in Blocks und abgefangenen Bällen gar nicht mal so verkehrt. Dazu ist er ein relativ schneller Innenverteidiger. Ich glaube, Topspeed, ich habe es jetzt nicht genau herausgefunden, aber ist auf jeden Fall auch um die 34, damit ist man im gehobenen Bereich aller Zweitligaspieler, wenn es ums Tempo geht. Nicht nur aller Verteidiger, sondern vor allem aller Spieler. Ist ein Verteidiger, der super gerne die Aktion nach vorne sucht, also nach vorne verteidigt und jeder, der sich mit Thomas Reis Fußball beschäftigt, weiß, Thomas Reis möchte genau das. Er möchte, dass man nach vorne verteidigt als Innenverteidiger. eine Sache, die seine beiden Nebenmänner Baumgartel und Kaminski bisher noch überhaupt nicht beherrschen. Ja, aber auch Thomas Kalasch war ein Jahr verletzt, beziehungsweise ein Großteil von einem Jahr. Auch da weiß man nicht, wie der Stand ist. Er hat jetzt 30 Minuten gegen Ulm gespielt. Man ist noch nicht so weit, dass er die Startelf packt und er ist halt auch am Ball wirklich unterdurchschnittlich, wirklich, wirklich unterdurchschnittlich. Deswegen ist er auch hier eine absolute Wundertüte, wo man nicht weiß, kommt er aus der Verletzung genauso gut raus, ist er vielleicht schlechter, findet er vielleicht gar nicht mehr zu seiner Form, das kann man alles nicht wissen. Deswegen hat Schalke hier zwei Wundertüten als Ersatz und die beiden Hauptinverteidiger sind Timo Baumgartel und Marcin Kaminski. Und wenn man sich die beiden mal anguckt, ich habe sie hier mal zusammengepackt in einen Vergleich, dann sieht man, dass sie sich eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht ergänzen. Ja, also wir haben Marcin Kaminski, der relativ viele Kopfballduelle gewinnt, der auch in den abgefangenen Bällen ein Stück besser ist und in den offensiven oder in den erfolgreichen Offensiv-Zweikämpfen, so muss man sagen, ein kleines Stück besser ist. Aber wir haben dazu dann auch Timo Baumgartel, der auf der anderen Seite generell vermehrt in die Zweikämpfe geht, raumgewindende Pässe spielt und mehr raumgewindenden Ballbesitz hat. Das bedeutet eigentlich einen Verteidigerpaar, das sich auch aus Stuttgart kennt, das so zusammen funktionieren kann. Nur die Art und Weise, wie sie vermutlich gerade eingesetzt werden, ist nicht gerade förderlich, muss man auch so sagen. An sich sind trotzdem beide Spieler, die, wenn sie richtig eingesetzt werden und nicht in einem absoluten Formtief wie Marcin Kaminski zum Beispiel stecken, zwei Verteidiger sind, die auch in der zweiten Liga gehobenes Niveau haben. Also gerade ein Timo Baumgartel kann aus der reinen Qualität überall mitspielen, in jedem Team. Bei Marcin Kaminski würde ich zumindest einige Teams ausschließen, aber auch der würde noch in genug Teams starten. Da liegt es aktuell wirklich einfach an der Form und an der Art und Weise, was von ihnen gefordert wird, dass sie nicht mehr so stark sind wie vor zwei Jahren zum Beispiel. An sich ist Schalke dennoch okay besetzt in der Innenverteidigung. Ich finde, gerade nach dem Saisonstart hätte man vielleicht für Thomas Kalasch einen schon gestandeneren Innenverteidiger verpflichten können oder sollen, damit man drei Klasse Innenverteidiger hat. So hat man aktuell zwei plus X, weil man nicht weiß, wie beide sich entwickeln, Kalasch und Sissé. Deswegen bin ich in der Innenverteidigung nicht ganz so zufrieden und im Worst Case verletzt sich auch Marcin Kaminski oder Timo Baumgartel und dann brennt der Baum, weil dann muss ein Thomas Kalasch in die Startelf rücken und du hast als einzigen Backup Ibrahima Sissé, der in seinem ersten Spiel komplett eingebrochen ist. Das könnte, sollte der Worst Case eintreffen, uns richtig, richtig auf die Füße fallen. Dann kommen wir zur Rechtsverteidigerposition und dort ist Schalke auch rein individuell top aufgestellt. Für die Art und Weise, wie man Fußball spielen möchte, ist es auch in Ordnung. Man muss nur schauen, dass man die Spieler auch genauso einbindet, wie man das machen möchte. Und zwar hat man auf rechts, ich glaube, man muss es gar nicht erwähnen, Cedric Brunner und Henning Matriciani. Das heißt, man hat zwei Spieler vom schon ähnlichen Spielertypen. Ich blende euch hier mal wieder einen Vergleich ein, damit ihr ungefähr so im Kopf habt, was ich meine und man sieht es da schon. Also wir reden hier wirklich von fast einem und demselben Spielertypen. Beide offensiv überhaupt keinen Output. Nichts was Flanken angeht, Vorlagen, Schüsse, Schusserzeugenaktionen, alles nada, alles fast nicht existent. Aber gerade in den Defensivbereichen sind beide überragend und es spiegelt ja auch den Eitest wieder, dass das beide zwei klare defensive Rechtsverteidiger sind. Ja, Kopfballduelle, gewinnen beide viel Aufklärungen, haben beide viel Blocks, haben beide viel abgefangene Bälle, Zweikämpfe. Das ist das Kerngeschäft von Henning und von Brunner. Und an sich ist das auch kein Problem. Ich habe es vorhin angesprochen, Thomas Orian, wenn man die Asymmetrie behält und ein Brunner oder ein Henning in die Innenverteidigung rückt und daraus eine situative Dreierkette entsteht, sind das beides die richtigen Spielertypen. Ich bin nur gerade bei uns aktuell ein bisschen unschlüssig, weil auch ein Henning oder ein Brunner ganz oft den Weg nach vorne sucht und dort halt einfach seine Grenzen findet. Ich bin nicht so von überzeugt, dass das gerade so umgesetzt wird, wie man möchte. Aber an sich, wenn die Idee so wie Thomas Reis die in Bochum gespielt hat, übernommen wird, dann sind Henning und Brunner schon zwei richtige und gute Alternativen auf rechts, um diesen Spielstil so durchziehen zu können. Daher bin ich auch jeder Meinung, dass wir gut besetzt sind. Da wir einfach zwei Spieler haben, die das Profil ausfüllen, die das Profil gut ausfüllen, gerade für die zweite Liga und auch ein Brunner, also klar offensiv miserabel, aber mir fällt kein Rechtsverteidiger ein, der defensiv stabiler ist als Cedric Brunner und deswegen bin ich da auf jeden Fall auch an dem Punkt, dass ich sage, wir sind rechts relativ oder sehr gut aufgestellt. Auf der 6 wird meiner Meinung nach klar, woran es in diesem Schalke-Kader mangelt. Nicht, weil Ron Schallenberg oder Niklas Tauer so unfassbar schlecht sind, sondern es liegt daran, was ich jetzt sage. Und zwar ganz wichtig das Wort, eigentlich sind wir hier auch richtig, richtig gut besetzt. Denn vergleicht man Ron Schallenberg im Liga-Vergleich unter anderem mal mit Subotka oder Jonas Meffert, zwei absolut überragende Sechser, dann sieht man relativ schnell, dass Ron Schallenberg auch dort die Oberhand hat und einfach der bessere Sechser von den dreien ist. jetzt mal außer Forward-Passes in Prozenten, aber Ball-Carrying, Key-Passes, Progressive-Passes, Duells, Defensive-Actions, alles, wo er sich nicht verstecken muss oder besser ist. Also Ron Schallenberg ist einer der besten Sechser der Liga, nur er wird aktuell falsch eingesetzt und ist deswegen so unfassbar schlecht bei uns. Dazu kommt mit Niklas Tauer ein junger, sehr aggressiver Sechser, ruhig Alex, der auch Innenverteidiger und Rechtsverteidiger spielen kann, also eine Allround-Waffe, ja, der einfach die Aggressivität mitbringt, die nötige Aggressivität, der wirklich ein sehr aggressiver Vorstopper ist, den Ball, ja, also ein bisschen wie Tom Kraus mäßig agiert, während Ron Schallenberg das ja gar nicht ist, Ron Schallenberg ist so ein Pendler, so ein Mix, der nicht ein richtiger Box-to-Box-Spieler, aber so einer, der schon seine Stärken Defensiv hat, aber wie er es auch gegen Hamburg gezeigt hat, Ball gewinnen und sofort sehen, ah, Simon Torodde ist vorne, spielt den Schnittstellenpass, der Pass war by the way überragend, ja, also auch jemand, den man deutlich mehr offensiver einbinden müsste, aber das kriegen wir einfach nicht hin, ja, und deswegen sind wir auf der Sechs auch super besetzt, also auch da, klar, es gibt, also zum Beispiel der HSV mit Meffert und Pobega oder Po-Reba, Po-Po-Bega, ich weiß es nicht, ist da auch gut besetzt und es gibt da auch noch sicherlich Hertha BSC jetzt mit ihren Spielern, die sie geholt haben, aber auch da, wir müssen uns in der Liga nicht verstecken mit diesen beiden defensiven Mittelfeldspielern, nur wir kriegen es einfach nicht auf die Kette diese Spieler zum Laufen zu kriegen. So, und dann kommen wir zum kuriosesten, wobei den zweitkuriosesten Teil unserer Mannschaft, nämlich dem zentralen Mittelfeld, dem zentralen Mittelfeld, wo wir eigentlich sogar überbesetzt sind, ja, wir haben Stand jetzt sechs Spieler für diese zwei Positionen, wir haben Assan Urdraogo natürlich, den Shootingstar der aktuellen Saison, Dominic Drexler, Danny Latza, Paul Seguin, Lino Tempelmann und Blendy Idrissi. Ja, was soll ich euch sagen zu den Spielern? Also, meiner Meinung nach und auch rein qualitativ haben wir hier vier Spieler mit gehobenem Zweitliga-Niveau bis sehr hohem Zweitliga-Niveau, mit Blendy Idrissi mal wieder eine der sogenannten Wundertüten und mit Danny Latza, muss man leider so sagen, auch einfach eine Kaderleiche. Ich mag Danny Latza und ich finde es schade, dass er so weggehatet wird, aber ich kann es halt leider verstehen, der Mann wirkt auf dem Feld einfach wirklich im Kopf drei, vier Sekunden hinter allen anderen, hat so einen gewissen Delay in allem, was er macht. Das ist schlimm mit anzusehen und ja, deswegen, also er hat immer noch Kredit bei Trainer und Mannschaft, weil er halt einfach Kapitän war, aber der Mann, er ist es leider wirklich einfach nicht mehr dazu. Hast du Blendy Idrissi, letzte Saison ausgeliehen an Regensburg, die sind, sagen wir, ein kleines Nuss abgestiegen und er war, glaube ich, Rotationsspieler, wurde auch auf den wildesten Positionen getestet. Hat bei uns aber im Aufstiegsjahr eine halbwegs passable Rolle gespielt und auch in den Testspielen relativ interessante Spiele gehabt, weil er halt einfach ein Spielertyp ist, den wir so relativ selten haben. Geht viel ins Dribbling, sucht die Aktion, hat Schusserzeugende Aktion, ja, aber ihm fehlt die Übersicht, ihm fehlt nochmal so ein bisschen der Killerinstinkt, sonst wäre er näher an der Mannschaft oder an der ersten Mannschaft dran. Ja, aber als Reserve, als Backup finde ich es vollkommen solide. Dann haben wir Lino Tempelmann, der ja, beziehungsweise, es wurde ja gesagt, man hat Salazar abgegeben, ohne gleichwertes Profil zu holen, das stimmt nicht ganz. Wenn man Lino Tempelmann und Rodrigo Salazar vergleicht, dann sieht man, dass Lino Tempelmann doch schon der ähnliche Spielertyp ist, nur mit dem etwas geringeren Offensiv-Output, also gerade in Sachen Keypassen oder Keypässe ist er deutlich schlechter. Noch, das kann sich natürlich ändern, aber aktuell sieht es so aus, als wäre Lino Tempelmann der, ja, Salazar-Leitersatz. Dazu hat man dann Dominik Drexler, den ich euch auch natürlich mal in den Vergleich gesetzt habe, weil Dominik Drexler einfach jemand ist, der trotzdem seine Qualitäten hat und der genau dieses Puzzlestück zu Lino Tempelmann sein könnte, denn wenn man sich Dominik Drexler anguckt, sieht man, dass er dieses Carrying, also mit dem Ball gehen, nicht so hat. Ich glaube, das dürfte jeder, also die Statistiken bestätigen den Eye-Test bei Dominik Drexler, dass er jemand ist, der nicht viel läuft, nicht viel defensive Aktionen hat, auch nicht viel in die Duelle geht, aber gerade im Bereich progressive Pässe und Keypässe ist er halt einfach überragend und die beiden als Kombi könnte zum Beispiel sein, dass das gut funktioniert, werden wir nun, glaube ich, nicht so oft sehen, weil wir noch andere Mittelfeldspieler haben und vor allem, ja, wir haben dann, also, ja, man wird es nicht so oft sehen, aber an sich, rein statistisch gesehen, könnten die beiden sich sehr, sehr gut ergänzen. Dazu kommt, dass wir Asan Urdraogo haben, einen absoluten Ausnahmekicker, wahrscheinlich offensiv das beste Talent seit Leroy Sané, das wir aus der knappen Spiele bekommen haben, ein Spieler von unfassbarem Dribbling, also ich glaube, genau, im Bereich Dribbling pro 90 Minuten kommt der Mann auf 5,7, das ist überragend, das ist überragend, wirklich, also ein Hungbo zum Beispiel, oder ein Jan Uzun, die genauso, oder ein Dom Pei, wo viele gesagt haben, wir haben keinen Spieler wie Dom Pei, Dom Pei macht 4,0 Dribblings pro 90 Minuten, Asan macht fast zweimal, also nicht zweimal so viele, aber zwei mehr, Asan macht zwei Dribblings mehr pro 90 Minuten, das ist überragend, dazu eine Erfolgsquote von 65%, auch beyond allem, was man sich vorstellen kann, der Mann ist einfach überragend, was ihm natürlich fehlt, und das sieht man leider auf dem Platz, ist die Entscheidungsfindung, weil Dribblings sind schön und gut, aber richtige Chancen kriegt er daraus nicht, verliert meistens am Ende dann den Ball, oder schießt selber, oder passt und ein Gegner verliert den Ball, ein Spieler verliert den Ball, ein Mitspieler, also bisher, klar, die Dribblings sind schön und gut, aber der Output aus diesen Dribblings ist halt bisher wirklich sehr, sehr niedrig, und daran müsste er definitiv noch arbeiten, um ein extrem, extrem krasser Mittelfeldspieler zu werden, und dazu hat man dann noch Paul Seguin, bei dem man aktuell auch nicht so wirklich weiß, wo der Stand ist, bei Kreuter Fürth vor zwei Jahren, ich glaube 15 Scorer-Saison gespielt mit Kreuter Fürth als Achter, ja, hat seine Qualitäten, definitiv ist ein Spieler, der so als zurückgezogener Spielmacher ein bisschen agiert, der eigentlich eine gute Übersicht hat, der das Spiel so ein bisschen leitet, der das Tempo rausnimmt, gegen Braunschweig ja auch gezeigt im Pokalspiel, wie gut er sein kann, nicht nur wegen seinem Tor, sondern generell hat einfach ein gutes Spiel gemacht, einen guten Standard geschlagen dann auf Kenan, beziehungsweise auf den Spieler, der ihn verlängert hat, erwarte ich mir auch noch viel von ihm, weil ich gesehen habe, was er kann, und ja, an sich sind wir auch da von den Spielertypen im Mittelfeld ausreichend und gut besetzt, man hat mit Lino Tempelmann einen Box-zu-Box-Spieler, man hat mit Asan Udraogo so ein bisschen einfach den Dribbler, den Kreativspieler, man hat mit Dominik Drechsler nur den Kreativspieler, nicht den Dribbler, aber den Kreativspieler, man hat mit Seguin auch so einen zurückgezogenen Kreativspieler, man hat mit Idrisik den Dribbler und man hat mit Danny Latza, ja, Danny Latza, aber an sich ist man in der Mitte auch gut aufgestellt, natürlich der HSV, wenn man den HSV in der Spitze anguckt, deutlich besser, weil es da aber auch einfach läuft, Hertha auch gut und es wird auch noch den einen oder anderen Verein geben, über den man diskutieren kann, aber an sich ist das trotzdem ein Top-Mittelfeld und da werde ich auch, also klar, argumentiert dagegen, gerne in den Kommentaren, aber mich würden die Argumente wirklich gerne und brennt interessieren, warum wir keinen Top-Mittelfeld haben. Kommen wir zu den Flügeln und das wird jetzt ein super interessantes Thema, denn die Flügel sind glaube ich das, was in der Schalke-Community am häufigsten diskutiert wurde, am krassesten diskutiert wurde, ja und was soll man sagen, also wenn man das Ganze nüchtern betrachtet, komplett nüchtern, dann hat man auf dem Flügel drei Spieler, die bereits in der zweiten Liga überzeugt haben und wieder mal zwei Spieler, die letztes Jahr noch Vierteliga gesorgt haben. Die beiden Viertligaspieler, Kozuki und Kabadai, ich glaube, da kann man auch nochmal unterscheiden, weil Kabadai ein Spieler ist, der die Bayern-Jugend durchlaufen hat, U-Nationalspieler ist und ja, einfach in einer Bayern U23 gespielt hat, die schon ein deutlich höheres Niveau hat als unsere U23 zum Beispiel oder auch der FC Düren, wo wir Kozuki her hatten. Die Sample Size, also das, woran man Kozuki bewertet, ist super gering, nämlich fünf Spiele in der Bundesliga, in einer Zeit, wo Thomas Reis neu da war und wir einfach einen Flügelspieler gebraucht haben. Er hat, glaube ich, eineinhalb gute Spiele gemacht, das Spiel gegen Frankfurt war ganz gut, gegen Leipzig hat er halt ein Tor gemacht, das war's und ja, ansonsten waren das eher Spiele unter dem Radar, jetzt in der zweiten Liga auch, das Spiel gegen Wiesbaden war grottenschlecht und in der Vorbereitung hat er ein cooles Spiel mit drei Standards, aber ansonsten, ja, bei Kozuki ist das gleiche Thema wie bei Cissé, das ist halt eine absolute Wundertüte. Ein Spieler aus der U23, wo du nicht weißt, ist das vielleicht wieder ein Glücksgriff aus unserer U23 oder ist das wieder so ein Spieler wie Matthew Hoppe, der vielleicht einmal kurz aufgeblitzt hat und seitdem überhaupt nichts mehr zeigen wird, das weiß man noch nicht. Bei Kabadai hat man da auf jeden Fall mehr Hoffnung, Kabadai ja auch wirklich ein schneller Spieler in der zweiten Liga, ich glaube unter den Top 10 der schnellsten Spieler der zweiten Liga, also da hat man auf jeden Fall einen guten Spieler. Dann kommen wir zu Brian Lasme, auch ein bisschen der, ja, ein großes Fragezeichen mitbringt, weil Brian Lasme an sich ein sehr guter Konterspieler ist, ein sehr guter Spieler, wenn man sich hinten reinstellt und auf lange Bälle, Konter etc. geht. Viele sagen, Brian Lasme kann nicht mit dem Rücken zum Tor spielen, das kann er nicht, er braucht Wiese vor sich. Sehe ich nicht so, er hat es bisher gezeigt, weil er einfach diese Anlagen hat, die kein anderer Spieler so hat. Er ist einer der schnellsten Spieler, ich glaube der drittschnellste Spieler der Liga und ist dazu 1,94 groß. Das ist halt ein Paket, was man so, und das ist jetzt, ne, nagelt mich auf den Vergleich nicht fest, aber Erling Haaland, Heulund, Niveau. So, der ist groß und übermäßig schnell. Die meisten großen Spieler sind ja dann immer vielleicht im Bereich von 34 kmh, wie zum Beispiel mit einem Polter. Aber Brian Lasme rennt halt mit 36 kmh und das ist halt nochmal ein riesiger Unterschied und das macht ihn halt so unfassbar gefährlich. Eine Szene aus Braunschweig zum Beispiel, die ich hier oben einblenden kann, ist, wo er mit dem Rücken zum Gegner steht, auf den richtigen Moment wartet, dass der Gegner versucht, den Ball wegzuspitzeln, an ihm vorbeizieht, die Flanke schlägt und, ja, eben genannt, der Kozuki vergibt die Chance kläglich. Aber, ja, mit Lasme hat man einen Spieler, der auf jeden Fall für Scorer gut ist. Man hat es ja auch gesehen, in den ersten Spieltagen, na, mit gut Glück macht er, glaube ich, vier Scorer. Er hat jetzt zwei, aber vier wären drin gewesen. Das ist halt ein Spieler, der immer für Gefahr sorgt und seine Chancen kriegt im Spiel. Und wenn man den richtig einbindet, könnte das eine wirklich gefährliche Waffe sein, gerade für Thomas Reis. Und mit Kenan Karamann muss man, glaube ich, auch nicht drüber reden. Kenan Karamann ist von den Anlagen her wahrscheinlich der perfekte Marius-Bülter-Ersatz, weil beide vom Stürmer auf den Flügel umgeformt worden sind, weil beide groß sind, weil beide gerne in die Dribblings gehen. Nur, dass Kenan Karamann deutlich länger in der zweiten Liga überzeugt hat als Bülter. Ich glaube, Bülter hat genau eine Saison oder zwei Saisons zweite Liga gespielt und Kenan Karamann drei. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall weiß ich, dass Kenan Karamann immer solide gescored hat, wenn er in Deutschland gespielt hat. Und das wird er bei uns auch machen. Als 1-zu-1-Ersatz sehe ich bei Kenan überhaupt keine Probleme. Und dann kommen wir zum diskutabelsten Spieler im ganzen Kader, nämlich zu Tobias Mohr. Und bei Tobias Mohr scheiden sich ja die Geister, beziehungsweise ist es so eine einer gegen alle Performance da von mir. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass Tobias Mohr ein überdurchschnittlicher Zweitliga-Flügel ist, wenn man ihn richtig einsetzt und er aus seinem Formtief rauskommt. Viele sind nicht der Meinung, was ich aber allerdings nicht verstehen kann. Denn Tobi Mohr hat genau vor einem Jahr, also, naja, nee, vor zwei Jahren, die Schalke-Saison mal weggerechnet, war Tobi Mohr einer der kreativsten Spieler der zweiten Liga. Und hat, glaube ich, auch 15 Scorer gesammelt, 18 Großchancen kreiert. An sich über Standards, über Weitschüsse, über Dribblings, über Flanken, über alles gefährlich geworden. Hat jetzt auch für uns getroffen in zwei Spielen, gegen Ulm und gegen Wiesbaden. Kann auf rechts spielen anscheinend, wusste ich nicht. Und das ist einfach ein Spieler, wenn du den eingesetzt kriegst. Und wenn der auf seine Form wiederkommt, dann ist das ein unfassbar wichtiger Spieler. Dass er vielleicht nicht mit Thomas Orian zusammenspielen kann, sehe ich, weil beide ungefähr den identischen Spielertypen haben. Aber stell ihn auf rechts oder stell Derry Merkin auf die Linksverteidiger-Position. Und Tobias Mohr kann dir unfassbar wichtig werden. Deswegen bin ich froh, dass er noch da ist. Und bin immer noch fest davon überzeugt, dass er dem Team definitiv weiterhelfen kann. Und dass er mit Karamann und Lasme zu den drei Spielern gehört, die mindestens, also Lasme hat mindestens durchschnittliches Zweitliganiveau und Karamann und Mohr würde ich sogar in überdurchschnittliches Zweitliganiveau packen. Und dann kommen wir noch zur letzten Position und zwar dem Sturm. Und da hat Schalke drei relativ ähnliche Spielertypen. Ich sage extra relativ, weil sie sind nicht eins zu eins ähnlich. Ich finde, da sollte man auch definitiv die Stürmertypen unterscheiden. Aber ja, fangen wir mal klein an mit Keke Top, aus der U19 gekommen. Kriegt seine Einsatzminuten, aktuell aber auf den wildesten Positionen. Ist an sich ein klarer Strafraumstürmer, ein klarer Zielspieler. Ist groß, hat eine unfassbare Stärke mit dem Kopf, ist aber dazu auch wirklich sehr, sehr langsam. Setzt seinen Körper aber schon geschickt ein, was man schon in den ein oder anderen Spielen gesehen hat. Und deswegen bin ich schon überzeugt, dass er den Weg bei uns machen kann. Gerade weil dieser Stürmertyp bei uns ja immer sehr gefragt ist und ein schön großer Zielspieler. Ja, deswegen bin ich mit ihm eigentlich schon sehr, sehr zufrieden. Und dann kommt der gute Sebastian Polter, bei dem sich ja auch mal wieder die Geister scheiden. Weil fast jeder der Meinung ist, Sebastian Polter ist viel zu schlecht für diese Mannschaft. Finde ich interessant, weil er gerade im Ende der letzten Saison unfassbar wichtig für die Mannschaft wurde. Und uns fast noch zum Klassenerhalt geballert hat. Ich erinnere da an das Spiel gegen Bremen, wo er zwei Tore einleitet. Gegen Frankfurt, wo er das Tor macht. Und wenn man ihn mal vergleicht, ja, in der Statistik zu Simon Terrode. Natürlich Polter hat viel weniger gespielt als Terrode, deswegen ist der Vergleich vielleicht ein bisschen wackelig. Aber es bestätigt den Eindruck, den man hatte, dass Sebastian Polter letzte Saison einfach ein deutlicher Hallo-Wach-Effekt war, wenn man eingewechselt worden ist. Und ja, einfach der deutlich bessere Spieler zu Simon Terrode war. Und ich möchte Terrode hier nicht schlechtreden. Terrode ist für die 2. Liga überragend. Aber man muss den Vergleich sehen. Wir haben mit Sebastian Polter eigentlich einen Mix aus Pressing-Stürmer und Zielspieler. Sebastian Polter ist jemand, der sich vorne reinsetzt, der die Innenverteidigung dauerhaft unter Druck setzt, der Bälle festmacht, der aber auch, und das sieht man ganz oft, auch mit seinem Topspeed, 34 kmh, er ist deutlich schneller als Simon Terrode, den Gegner anläuft. Ja, eine hohe Aggressivität, eigentlich sogar ein gutes Gespür für Räume und die Leute gut anläuft. Das ist ja ein Ding, was Terrode nicht macht. Deswegen, Terrode ist der klare Strafraum-Stürmer und Polter ist eher Richtung Zielspieler-Pressing-Stürmer. Deswegen finde ich den zu sagen, das sind beides ähnliche Spielertypen verquatscht. Aber sie ähneln sich in wichtigen Attributen schon. Trotzdem, und über Simon Terrode rede ich nicht, bester Torschütze der 2-Diger-Geschichte, bin ich der Meinung, dass wir auch im Sturm sehr gut besetzt sind. Und das ist das große Problem, was ich aktuell im Kader sehe, wenn man jetzt nochmal kurz Revue passieren lässt, wie ich gerade die Analyse gemacht habe. Und sage, Torwart überdurchschnittlich, Rechtsverteidiger überdurchschnittlich, Innenverteidigung durchschnittlich, Linksverteidigung überdurchschnittlich, Sechser überdurchschnittlich, Zentrales Mittelfeld überdurchschnittlich, Flügel überdurchschnittlich und Sturm überdurchschnittlich. Ja, irgendwas passt hier nicht. Und es geht aber in der Kaderanalyse rein um den Kader, nicht wie der Kader eigentlich, oder beziehungsweise muss man versuchen, natürlich in der Kaderanalyse den Kader auf das System zu implementieren und zu gucken, okay, wenn der Trainer, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, diese asymmetrische Dreierkette zum Beispiel spielen möchte, dann brauchst du auf rechts zwei defensiv starke Rechtsverteidiger. Punkt. Weil es bringt dir nichts, zum Beispiel einen Aydin zu behalten und zu sagen, hey, vielleicht können wir ja auch mal die Seiten switchen, dass der Rechtsverteidiger offensiv geht und der Linksverteidiger in die Innenverteidigung zieht. Ich glaube, bei einem Thomas Orian wäre das ziemlich suboptimal, oder bei einem Derry Merkin, wenn man sie in die Innenverteidigung zieht. Und deswegen ist das, glaube ich, das, was ich damit ansprechen möchte, dass es einfach unfassbar wichtig ist, die Kaderplanung in Kontext zum Team zu geben, oder zur Ausrichtung, die man legen möchte. Und dort finde ich, dass wir schon eigentlich auf jeder Position mindestens einen überdurchschnittlichen Zweitligaspieler haben, mindestens. Wahrscheinlich, wenn man die komplette Startelf stellt, ist man auf jeder Position überdurchschnittlich besetzt. Auf jeder. Kaminski, mache ich mal ein Fragezeichen hin, aber sonst ist jede Position überdurchschnittlich besetzt. Und ein Flügel vielleicht noch. Und deswegen bin ich trotzdem der Meinung, dass der Kader gut zusammengestellt wurde. Er ist eng zusammengestellt. Gerade die Probleme, die ich sehe, sind Innenverteidigung und Flügel. Denn zünden Kabadai und Kozuki nicht, hast du nur drei Flügel, von denen einer im Formloch steckt und zwei gerade aktuell verletzt sind. Innenverteidigung muss ich, glaube ich, gar nicht drüber reden. Verletzt sich einer, brennt der Baum. Und ja, ein Henning Matriciani kann nicht der Ersatz für jede Position sein. Auch wenn er das dann natürlich wäre. Aber ja, an sich ist der Kader gut zusammengestellt. Es muss reichen, um aufzusteigen, hundertprozentig. Jetzt liegt es meiner Meinung nach an Thomas Reis, die richtigen Schlüsse aus diesem verkorksten Saisonstart zu ziehen. Und falls es nicht Thomas Reis macht, sollte der nächste Trainer erkennen, was mit diesem Kader möglich ist. Denn mit diesem Kader ist deutlich mehr möglich. Und ja, es ist deutlich, deutlich, der Kader ist deutlich besser als das, was er da gerade zeigt. Das war meine Kaderanalyse. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr Spieler bewerten würdet. Ist der Kader ausreichend besetzt? Ja, nein. Ist er gut besetzt? Ja, nein. Reicht er zum Aufstieg? Ja, nein. Alles in die Kommentare ballern. Abonnieren. Ich versuche öfter mal ein paar Videos zu bringen, gerade Stream-Highlights oder so. Kommt im Stream vorbei, ganz wichtig. Wir machen immer Schalke-Watch-Allons, FIFA, FM, Fußball-Talks, alles, worauf ich Lust habe. Ja, dann bedanke ich mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und morgen auf Lok 3 Punkte gegen Magdeburg. Wir sehen uns im Stream. Bis dahin, Leute. Haut rein und tschö. Tschö.